Grüß Gott meine Damen und Herren, Horst Deluxe TV ist wieder on Air. Wir melden uns hier von der Devil's Dark Knight, einer Premierenveranstaltung im Messezentrum Salzburg, Außengelände. Und wir sind schon gespannt, wie es ablaufen wird. Heute interviewen wir mal im Vorfeld ein paar Gäste. Wer seid ihr? Kopensteiner Bass. Kopensteiner Bass übersetzt. Und du bist ein Krampus? Genau, Krampel bin ich. Ich bin ein Krampus, ja. Und du schaust so weiß-schwarzer? Engel, ja. Engel. Engel, ich bin ein Ordner. Was muss der Ordner machen? Außer Ordnen muss der... Warum hast du nicht... Ich habe ja so eine Jacke an, damit ich nicht geschlagen werde. Ein Ordner. Ich bin ein Krampus. Und wo sind eure Masken? Ich bin alle dort. Vielleicht können wir uns die nachher mal anschauen. Du bist Engel, Berg, also Krampus. Bist auch ein Krampus, ein weiblicher Krampus. Ich bin Ordner. Ich bin auch ein Krampus. Ich bin auch ein Krampus. Und ihr gehört alle zusammen? Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Devil's Dark Night. Es dauert nicht mehr lange, dann geht's los. Über 100 Passen sind angemeldet. Über 1500 verkleidete Personen, beziehungsweise Krampusse und Teufel, werden hier mitmachen. Sie sehen schon, ich bin auch gekleidet, zwar nicht in einer wilden Fell oder Maske, sondern ich habe eine Warnweste an, damit ich möglichst nicht geschlagen werde. Und neben mir steht der Obmann, der... Wilden Teufel Salzburg, Thomas Thula. Herzlich willkommen. Wie läuft es bei euch ab? Mit wie vielen Leuten seid ihr da? Und wie ist die Vorbereitung auf den Lauf gewesen von euch? Wir sind heute mit 17 Leuten da, unser zweiter Laufheuer. Wir haben jetzt die ganze Woche einen Hänger gebaut, was wir da beim Lauf präsentieren werden. Aha, also ein großes Gefährt, das dann da auf der Laufstrecke durchfährt. Die Laufstrecke ist ja sehr lang, habe ich gesehen. Die ist sehr lang, ja. Fast einen Kilometer, was ich gehört habe. Habt ihr euch schon Augen geschaut, die Laufstrecke? Nein, persönlich nicht, weil wir sind erst gerade gekommen. Aber das werden wir jetzt dann hoffentlich gleich mal machen. Okay. Und wie bereitet ihr euch jetzt auf den Lauf vor? Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Was wiegt zur Verkleidung? Wir haben einen relativ guten Maskenschnitzer. Unsere ist eigentlich relativ leicht. Aber alles zusammen, 15 bis 20 Kilo, darf man schon rechnen. Wahnsinn. Ich habe nur einmal gesehen, dass man danach total verschwitzt ist. Ist das nur bei einem zufällig so gewesen oder ist man generell so anstrengend? Das ist generell. Also es sind alle von Kopf bis Fuß eigentlich durchgeschwitzt. Und was mir noch aufgefallen ist, es gibt also die Teufler. Ihr habt ja auch Frauen dabei. Also einerseits die auch als Teufel oder Krampusse gehen. Aber da sind auch die Engerl dabei, glaube ich. Genau. Wir haben Engerl, meistens die jungen Mädels. Wir haben auch weibliche Krampusse und Teufel. Also eigentlich alles. Und wie gesagt, einen kleinen Krampus. Von 50 bis 5 Jahren haben wir alles dabei. Vielleicht magst du den Kleinen einmal hochheben, dass wir ihn besser sehen. Wie heißt denn du? Tobias. Tobias. Du laufst heute auch mit? Ja. Und fürchtest du dich nicht von den großen Krampussen? Nein. Wahrscheinlich, weil du selber einer bist, gell? Und was heißt du? Auch eine richtige Maske an und ein Fell? Ja. Da sind wir schon gespannt. Dann wünschen wir euch viel Spaß und uns auch beim Zuschauen und danke fürs Kommen. Herzlichen Dank. Führt euch. Wiederschön. Ja, es geht rund hier. Und wir haben schon die nächste Teilnehmergruppe da. Vielleicht stellst du dir mal vor. Servus. Ich bin der Martin von Unken. Das ist in Pinzgau, die Unkener Hüllenteufel. Genau. Und mit wie vielen Leuten seid ihr jetzt hergekommen? 15 Leute sind wir. Und bei jeder Pass, habe ich gesehen, sind ja immer die Verkleidungen anders. Also da tut ja jeder selber basteln, glaube ich, dran an die Laufen. Ja, basteln sage ich mal direkt nicht. Das wird ja alles gemacht. Ja, aber und die Hände sind zum Teil dann Fingernägel so lange grauslich getragen. Also ich fürchte mehr jetzt schon. Nein, glaube ich nicht, dass du fürchten musst. Nein? Und Hauen, wie ist das mit dem Hauen? Das heißt immer, dass man so furchtbar geschlagen wird. Wie ist das? Ich würde sagen, nicht, weil es soll schon einigermaßen im Brauchtum bleiben. Okay. Dann freuen wir uns, dass ihr da dabei seid. Wir wünschen euch viel Spaß und wir freuen uns auch schon beim Zuschauen. Danke. Danke. Für dich. Derby Starknet, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum ersten Mal hier im Messiegelände in Salzburg 2010. Und hier laufen die Vorbereitungen. Wir stehen kurz vor dem großen Showdown am heutigen Abend. Und hier eine junge, hübsche, charmante Dame. Wie kommt es, dass auch Damen zu den Bärten gehören? Ja, wenn man gemeinsam eine Gruppe gründet, eine Gruppe mit Freunden, sind meistens die Mädchen auch dabei. Und so bin ich auch dazu gekommen bei meinem Bärtenverrein. Und du kommst aus Neumarkt am Wallersee. Wie kommt es, dass ihr hier ins Messezentrum gekommen seid? Ja, Anfragen, dass wir irgendwo laufen können. Unser Obmann hat das mit Bravour gemeistert, dass wir da im Messezentrum auch laufen dürfen. Ja, Messezentrum. Ein Bärtenlauf der ganz besonderen Art. Und ich glaube, so groß wie jener war noch kaum einer in Österreich, oder? Nein, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, das ist einer von den Größern. Und was erwarten Sie vom heutigen Abend? Spannung, Spaß und Action. Spannung, Spaß und Action. Und jetzt seid ihr alle gut drauf? Ja, wir sind alle super gut drauf. Ja, meine sehr, meine sehr. Das war die erste Dame bei uns hier zum Interview bei der Devil's Darknet. Also auch die Bärten aus Neumarkt am Wallersee sind mit dabei. Wir wünschen weiterhin viel Vergnügen. Bleiben Sie bei uns. Wo ist das jetzt? Jetzt geht's los. Wacht ihr, hau, ihr merkt mal noch. Ja. Döne, langsam die Augen, die Augen, die Augen, die Proteste. So, oder zehnmal ist er mal ein. 10, 9, 8, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! Sie ist öfter, den Tell ist der Knall 2016! Und ich zeige Ihnen die Veranstalterpräsidenten für die Wilden Teufel aus Salzburg, der Schachterfassaggüten und die Wachslander Teufel, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihre Veranstalter, wie begrüßen Sie, mit allen, mit Jahren aus! Die Ex-Prinse der ersten Standzeit 2. Mariener sind absolviert für unsere veranstaltenden Vereine. Sie in Fiber! Dude, he's got his leg up, he wants to bring this. He wants to bring this. Und jetzt sind die Rundfunker, die hier feiert man die Ebel auf Feuer, die wir die hellen Reifen auf unten. Und jetzt sind die Rundfunker und die Rundfunker und die Rundfunker. Und jetzt sind die Rundfunker und die Rundfunker und die Rundfunker und die Rundfunker. Und jetzt sind die Rundfunker und die Rundfunker und die Rundfunker und die Rundfunker. Und jetzt sind die Rundfunker und die Rundfunker und die Rundfunker. Und jetzt sind die Rundfunker und die Rundfunker und die Rundfunker. Und jetzt sind die Rundfunker und die Rundfunker.